Ich zeige dir heute, wie ich mit dem Kartensortiment Erinnerungen mehr bezaubernd bunt bastel. Und wenn du dieses Video siehst, dann ist meine Reisekreuzfahrt Norwegen schon fast wieder rum. Und ich habe aber vorher für meine Teammitglieder, die im ersten Quartal besonders erfolgreich im Umsatz im Verkauf waren, Ehrungskarten gebastelt. Und das mache ich jetzt mit dir. Ich habe mir einmal das Kartenset genommen. Das sind diese Karten hier. Und da habe ich schon ein paar rausgesucht. Und dazu passend habe ich mir auch die Umschläge und Karten bezaubernd bunt genommen. Das sind diese. Zwei davon habe ich noch nicht gefaltet. Das mache ich gleich mit dir. Das sind die Umschläge. Das habe ich hier alle schon verteilt. Eigentlich hatte ich mir eine andere Karte überlegt. Aber mit diesen Kartensets kann man so sehr schnell basteln. Und ich brauche jetzt, glaube ich, 15 Karten. Und ich fahre dann ja los. Morgen startet meine Reise. Also so viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr. Mein Mann ist morgen so lieb und bringt dann alles zur Post. Also jetzt habe ich die Karten schon mal gefaltet. Und das sind alles die rosanen. Es gibt zwei Sorten von den Karten. Also die Karten und Umschläge haben alle die gleichen Umschläge. Das sind diese hier. Finde ich total schön. Und innen sind sie auch schön bunt. Also da freut sich auch der Postbote, wenn er sie ausliefert. Und ich hoffe, meine Teamies freuen sich auch. Und das sind die Kärtchen. Und da gibt es hier so kleine und große. Und ich habe mir jetzt mal alles Kleine rausgesucht. Und die kann man auf diese Karten noch draufkleben. Es gäbe hier auch Aufkleber. Aber man kann damit Geburtstag feiern. Man kann damit aber auch Erfolge feiern, habe ich mir gedacht. Und es sind in der Packung mit den Karten und Umschläge 20 Karten und 20 Umschläge drin. Und bei dem Kartenset hat man 50 kleine und große gemischte Kärtchen. Also auch ganz viel Auswahl. Und jetzt habe ich hier ordnet. Tombow habe ich da. Also ganz einfach ist zum Beispiel hier ein bisschen Kleber nur drauf machen. Und dann das hier so. Ich setze mal ein bisschen höher als mittig. Das kann man gucken, wie man das mag. Also ich zeige mal. Ich hätte es auch noch ein bisschen runterziehen können. Aber ich mag das so, die Karte. Und dann schaffe ich das noch. Koffer sind schon geparkt. Und wie gesagt, wenn du es siehst, dann ist meine Reise auch schon fast zu Ende. Dann am Sonntag geht es zurück. Und dann habe ich vom Schiff aus aber nochmal einen Ausflug mit Petra gebucht. Da fahren wir nochmal nach Stonehenge. Und erleben auch was. You did it. Und ich mag die Farben total gerne. Das ist das neue Azurbau, Blau, Limette, Babyrosa und Sommerbeere. Und ich glaube Faungrün, Lagunenblau haben sie auch noch drin. Ein bisschen Zitronenparfait. Also ich finde, es ist eine sehr schöne, farbenfrohe Mischung. Und ja, so schnell wie jetzt hier mit dir, würde ich sonst so viele Karten nicht mal eben basteln können. Und ich finde es schon schön, wenn ich eine Karte gebastelt habe. Und da rein, das siehst du hier schon liegen, habe ich als Ehrungsgeschenke für meine erste Ebene diese funkelnden. Die heißen funkelnde Schmucksteine, selbstlebende. Das sind so Silber, Gold, Schwarz. Finde ich sehr nett. Also die kommen da rein und dann in den Umschlag. Und meine zweite Ebene bekommt Flitterschmucksteine. Im Dreierpack zieht sie auf drei Farben. Und das sind Fräsienlila, Lagunenblau und ich weiß gar nicht, Blaubeereabendblau. Müsste ich nochmal gucken. Also auf jeden Fall auch sehr schöne Farben. Und ich ehre meine Teamies in allen meinen Ebenen, die in den drei Monaten eines Quartals mindestens 1500 Netto-Euro-Umsatz geschafft haben. Und wer denn sogar 3000 schafft, kriegt von mir was Größeres. Da habe ich mir rausgesucht, einmal die neuen Umschläge in den Inkala. Und hier gibt es einmal Perlen dazu. Das war meine zweite Ebene. Und meine erste Ebene kriegt dieses dazu. Kann ich dir jetzt auch schon alles zeigen, weil mein Mann hat es ja schon verschickt. Also meine Teamies haben ihre Post schon erhalten. Und das war mir wichtig. Ich habe das ja, das geht ja um die Monate Januar, Februar, März, jetzt schon ein bisschen nach hinten verschoben. Aber ich habe allen Bescheid gegeben. Ich wollte gerne schon neue Schmucksteine verschicken können. Und im April hätte ich ja noch etwas nehmen müssen, was übernommen worden ist. Und ich weiß ja auch, ich freue mich immer über neue Produkte besonders. Und deswegen bin ich diesmal etwas später dran. Und ich gucke immer, dass ich so Sachen mache, die sich auch verbrauchen, damit man Freude daran hat, sie auch zu benutzen. Dann kann man gucken. Ich habe mir überlegt gehabt, aber das habe ich jetzt tatsächlich vorher nicht mehr geschafft, ob ich dir eine Videoreihe zeige, wo ich mit den neuen Farben Farbkombinationen mache. Also ich hatte mir als erstes Babyrosa rausgesucht, habe ich ja jetzt hier auch ein bisschen. Aber da hatte ich mir schon Farbkombinationen rausgesucht. Also falls dich das interessiert, kannst du mir gerne einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Dann freue ich mich und gucke mal, dass ich das auch wirklich für dich drehe. Weil ich komme dann ja, wenn du das siehst, morgen Nacht wieder. Also wenn du es denn siehst, wenn es sofort rausgekommen ist. Wenn du es erst nächsten Tag oder noch später siehst, dann bin ich schon wieder da. Und fange dann ja wieder an, neue Videos zu produzieren. Und ich werde hoffentlich viele schöne Fotos und Erinnerungen mit im Gepäck haben. Und gucke mal, ob ich dann davon auch ein Video drehe. Achso, ich habe übrigens hier und hier und hier drei Kärtchen, in die ich gleich noch reinstempeln will. Deswegen siehst du hier nämlich auch Stempelkissen. Also das mache ich gleich. Und ich gucke mal, dass ich das jetzt alles in richtiger Reihenfolge hier geklebt und gemacht habe. Ich gucke noch mal. Ich habe hier schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Fertige. Neun. Und dann gucken wir mal. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Das kommt also hin. Und die, die ich noch bestempeln will, lege ich mir hier nochmal zur Seite. Die mache ich also anscheinend, hier habe ich noch eine über, das muss ich nochmal schauen. Die mache ich anscheinend alle in rosa. So. Und, also, du weißt ja, ich liebe rosa. Ich habe auch mein Gepäck. Oh, guck mal, da wäre die Seite hier auch nett gewesen. Aber Make Every Day a Celebration finde ich auch nett. Also, mache jeden Tag zum Feiern. Passt, finde ich, auch sehr gut. Also, wir nehmen jetzt diese Seite. Gucken wir. Super. Ja, ich habe also meine Outfits zusammengelegt und habe schwarze und blaue Hosen mit und habe Oberteile in rosa und Bärentönen, in blau und schwarz dabei. So, dass ich alles gut untereinander kombinieren kann. Und ich bin mal gespannt, wie kalt oder warm es denn an den verschiedenen Standorten jeweils so ist. Bei uns hier würde das Wetter auch sehr schwanken. Also, da kann man sich gerade so gar nicht auf irgendwas verlassen, sondern es ist mal eben 10 Grad kälter oder wärmer am nächsten Tag. Da schauen wir mal. Ich habe also warmes eingepackt, meinen neuen Norweger Pullover und auch eine Mütze und Handschuhe. Aber ich habe auch kurz am Oberteiler eingepackt, wenn die Sonne richtig rauskommt und warm wird. Ich bin für alles gewappnet. So. Und so mit gepackten Koffern hier zu sitzen und zu basteln, ist total schön. Also, das entspannt mich jetzt nochmal. Cheers to you. Und hier haben wir jetzt noch drei Karten. Und da wollen wir stempeln. Und rausgesucht habe ich mir das Stempelset Handmade Hugs. Dazu haben wir die übernommene Handstanze mit dem Etikett. Und ich fand Sending Hugs and Stuff. Today we celebrate you and you're the best. Total nett. Und ich habe einmal jetzt today we celebrate you. Also, heute feiern wir dich. Und you're the best genommen. Und guck mal, mit was ich jetzt so anfange. Wo habe ich meine Stempel hingepackt? Meine Stempel habe ich hier hingepackt. Also, das ist einmal you're the best. Den mache ich, glaube ich, in Azurblau den Stempel. Da muss man ein bisschen gucken. Das sieht gut aus. Aus Klarsicht kann man so sehr schön sehen. Einmal abgedrückt. Wunderbar. Macht sich gut. Ein bisschen trocknen lassen. Den Stempel mache ich gleich sauber. Du siehst hier übrigens ein neues Karopapier, was man auch im Shop bestellen kann. Mit 5 Inkaller. Ich habe mich jetzt für Kieselgrau entschieden, weil das so schön neutral ist und zu allem gut passt. Weil ich ja jetzt hier so buntere Farben habe. Und jetzt nehme ich mir Sommerbeere. Und guck mal, dass ich das, na, ich glaube, so rumstempel, weil ich ja jetzt mit Sommerbeere stempel. Today we celebrate you. Ah, das sieht richtig edel aus. Noch den letzten Abdruck. Sehr schön. Du siehst übrigens hier eine Brandnarbe. Ich habe mich vor ein paar Tagen an unserem Backofen verbrannt. Und sehr unangenehm. So, gestempelt habe ich. Sauber mache ich später. Das kann hier zur Seite. Dann nehme ich mir jetzt nochmal mein Tombo und klebe die auf. Unsere Tinte trocknet ja schnell. Da geht das gut. Und dann habe ich mir noch neue Pailletten rausgesucht. Und dann gucke ich gleich mal, ob ich hier noch ein bisschen dekorieren will. Das ist das Gute und Tückische beim Tombo, das man ein bisschen festdrücken muss. Der bewegt sich nochmal. Das ist beweglich. Sehr schick. So, es gibt auch so welche, die so aussehen wie Karteikarten. Finde ich auch nett. Also das Set werde ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen für meine Erinnerung und mehr Album für meine Norwegen-Reise. Weil ich da einfach auch sehr praktisch, nett, klar meine Erinnerung festhalten kann und passende Kärtchen dazu habe. So. Und dann schreibe ich gleich noch ein paar liebe Zeilen rein. Und dann gucken wir jetzt mal. So. Sind wir schon gut. Und rausgesucht habe ich mir die Pailletten, selbstlebende Pailletten in drei Farben. und da gucke ich mal. Ja, das macht Lärm. Und da sind weiße und rosane und so drin. Und mal gucken. Nehme ich hier meine Schere. Schau nochmal, dass ich jetzt was aufklebe. Da gibt es große und kleine. Ich glaube, ich bleibe hier jetzt mal bei ganz zart weiß. Na, ist sie mir irgendwo runtergefallen anscheinend. Mal gucken, wo ich die Paillette nachher finde. Ich finde, das sieht schon nett aus und hat nochmal was Schönes. Also, da gucke ich jetzt mal. Hier nehme ich vielleicht mal eine bunte. Und die schimmern so schön. Ja, da gibt es jetzt hier immer abwechselnd mal welche in rosa, mal welche in weiß. Mal gucken, ob ich die faunen grünen nachher auch noch verwenden kann und sonst fürs nächste Projekt. So. Na, der Scherenanhänger macht ein bisschen Aufwand. So. Das sind die. Und so mache ich die nächsten auch noch fertig. Und ich finde, die Karten sind trotzdem nett schön. Es sind unsere schönen Farben. Es ist eine handgemachte Karte. Und das weiß der Empfänger, wenn er auch bastelt. Also, ich finde, das ist eine sehr praktische Lösung, wenn man mal relativ schnell basteln will. Wenn man nicht so viel Zeit hat. So wie ich jetzt hier gerade. Das rosa finde ich ja total schön. Guck mal, hier passt jetzt auch mal das faunen grün, ist das, glaube ich. Nehmen wir da mit drauf. Spiegelt sich auch noch mal schön wieder. So, jetzt gucken wir mal hier. Guck, da haben wir die zweite von denen. Da nehmen wir jetzt auch faunen grün. Da drauf. Sieht gut aus. Und hier passt das auch noch mal. Und hier gucke ich jetzt mal, ups, wie das in weiß so aussieht. Schön zart schillernd. Ja, fast so wie Tautropfen oder wie kleine Wölkchen oder, ja, sehr nett. Ups. Und hier können wir noch mal faunen grün auch verwenden. Ja. Du setzt das all in motion. Hand opened up the way. A natural emotion. Und mal gucken, was nehme ich hier? Hier habe ich ein bisschen größer, da bin ich ein bisschen seitlicher. Da nehme ich, glaube ich, nochmal rosa. Rosa, das mache ich hier auch. Und schwupps habe ich meine Karten fertig. Schreib du mir doch gerne, ob du auch die Erinnerungen und mehr Sets gerne benutzt oder ob du die noch gar nicht ausprobiert hast. Das war jetzt ein Riesenstapel Karten in relativ kurzer Zeit. Also ich bin begeistert, ich hoffe, mein Team freut sich und ich freue mich, wenn du wieder reinschaust. Okay.